Und da begrüße ich euch auch zur zweiten Folge von Deaths... Ja, wir sind jetzt hier bei einem anderen Modus und zwar spielen wir Blutrausch, glaube ich, ne Lennon? Blut und Gold. Blut und Gold, fast das gleiche. Auf jeden Fall, ich bin der Hai und muss den Lennon aufspeisen und der Lennon muss das Gold dann zu Steve bringen. So heißt der Roboter. Steve. Stevie Wonder, ob der was sieht? Ne, er ist ein Roboter. Boah, ich finde Hai spielen ist echt schwierig. Oh, hier ist aber schön Gold. Die Map ist mega. Ja, die Map heißt Devils, boah, ich habe mich schon wieder vergessen. Devils, Dings. Alter, hier wurde gerade ein Hai erlegt, aber das war es nicht du. Ganz da, Lennon, schießt du auf mich? Du Drecksack. Hast du mich umgebracht, Mann? Aber wie, aber... Der Lennon hat mich umgebracht! Okay, warte mal für ein Hai. Wir können ja mal... Achso, wieder einstieg, okay. Ich muss das mit dem Hai erstmal ein bisschen rallen, so weißt du. Oh, da hast du einen. Ne, ich war das nicht. Alter. Oh nein, es sind nur noch Bot-Hai hier. Habe Angst. Lennon, ich habe Hunger. Lennon. Habe ich mich auch schon amüsiert, letztes Mal. Oh, da hast du das Ding gemacht, Alter. Ja, das ist der Skill aus der Hölle. Abwarten, Lennon. Meine Kiemen warten auf dich. Jabbi, Jabbi, Lennon. Kuckuck, Kartoffel. Ja, kuckuck, abwarten. Ich muss mal B drücken. Guck mal hier, das sind ziemlich coole Z-Commands hier. Ziemliche Metataktik. Ah, nee, Strategie war es. Habe ich mich auch schon amüsiert, letztes Mal. Bam, 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 bam. Oh nein. Ja, Mann. Geh drauf. Ja. Nein, so knapp. Warte, du hast mich umgemacht. Ja. Egal, habe ich dich gegessen. Nee, das war ein anderer, das war ein anderer. Aber ich habe dich auch gegessen, ne? Ja, war ziemlich scheiße. Ey, Stauze. Das war sehr lecker, Lennon, muss ich nicht sagen. Du musst deine Maus hin und her schwingen, dann sterbe ich schneller. Ja, das habe ich dann auch gerade verstanden. Okay, ich bin auf dem Weg, Lennon. Steve geht weiter. Alter, der hat mich gemessert. Ich bin das schlechteste Haar aller Zeiten. Komm mal an, Steve, gib Gas. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffe ich es ja einmal in der Geschichte, in dem Bot-Spiel zumindest. Also online habe ich es nicht geschafft, also Steve muss auf jeden Fall seine Tour beenden und dann schwimmt er wieder hoch. Das gibt es nicht. Ha! Ja, Lennon, Lennon, Lennon! Ey, du hast mich umgebracht wieder, Mann. Nee, nee, das sind immer die anderen dann. Ich habe ja auch Bots noch. Aber hast lecker geschmeckt, Lennon. Ja, ich weiß. Muss ich jetzt sagen. Ein bisschen Salz drauf, dann kann man es besser runterkriegen. Ja, das stimmt. Das habe ich öfter schon gehört. Ach! Boah, ich werde immer getötet, wenn ich jemanden aufesse. Wüstert halt. Guck mal, jetzt habe ich, äh, kannst du ein Hai hier leveln ein bisschen noch, ne? Ja, ja, genau. Auf jeden Fall ganz hilfreich. Und auch nötig. Oh, da frisst doch einer. Den hast du hier fresst, sind. Ich war das nicht. Oh, das war Eugene, ey. Fuck. Dumb Eugene. Boah, Alter. Oh, ich habe immer noch mein E-Mail-Programm auf. Sorry. Ich vergesse, das immer wieder zuzumachen. Komm schon, Steve, mach hinne. Okay, wo ist Leno? Wo ist Leno? Leno darf nicht zu Steve. Bin kein Jon. Oh, nein. Ah, Eugene war es. Eugene war es. Ah, ich bin schon wieder tot. Aber ich habe auch jemanden gegessen. Yummy, 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 yummy. Mein Dummy. Ah, nein. Hättest doch mal, hättest schon mal was machen können. Du kannst auch Objekte kaputt machen, als Hai. Okay, steh. Ja, genau. Ja, genau. Ho. Das geht. Das ist cool. So, Stevie, boy. Finanzieher. Bam. Alter, ich bin in der Falle. Ja. Hat der mich umgebracht. Richtig schön in die Falle gelockt, den alten Lachs. Aber du bist bei Steve, ne? Da komme ich jetzt ganz schnell hin. Der Steve ist direkt vor mir. Ja, Leno. Stevie, Stevie Warndorf. In a trap. Das gibt es doch gar nicht, Mann. Die Netzwaffe ist auf jeden Fall sehr nice. Scheiße, ey. Ich kriege den Leno einfach nicht platt. In the trap. Da kam schon Steve. Alter, hier fliegt ein Fass rum. Warst du das? Oh, Mann! Ich häng' fest. Ich hab Steve beschädigt. Ah, Steve kann ich beschädigen. Okay. Beschädige jetzt nur noch Steve. Äh, nein. Hörst du mal auf? Ey, die sind... Wo bist du? Ah, das gibt's doch gar nicht. Das Netz ist so geil, ey. Aber das mit dem Hai ist so krass, den Katze kaum steuern. In der Tat. Aber das sind die auch ziemlich OP. Wo ist er denn? Da ist er doch. Scheiße, ich hab das Netz verkackt. Ah, fuck! Noch einer! So kacke das Spiel eigentlich, dass es schon wieder gut ist. Das ist halt hier so ein Krimi, wenn man dann... Alter! Oh, endlich hab ich... Das gibt's doch gar nicht. Ich wurde befreit, ey, geil. Äh, ich hab den Lenno im Maul gehabt, Mann. Sagen viele. Hat richtig salzig gesprungen bei der Nase. Ges... äh, gesprochen sag ich schon. Geschmäckt. Okay, ich muss da andere... Wow, 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 wow. Wie kann ich denn mein Leben wiederholen hier? Warten. Warten. Du hast... Sit down and wait, oder wat? Komm schon, Steve. Schmeiß da mein Säckchen hin. Nein! Ach, ich war... Ein bisschen, dann war ich schon tot, ey. Was haben wir denn? Schönes. Alter, der redet noch. Aber ich hab zwei geholt, Mann. Richtiger Vorzeuge, ey. Yo. Fuck. Dief! Aaaaaah! Boah. Lenno hat einfach mal zwei rasiert, ey. Mit einem Messer. Rasiert. Scheiße, Steve, Mann. Krieg ich denn Leben? Nein! Ich brauch nur ein bisschen, ey. Mein Jolt. Mein Janses Jolt. Oh, vorbei. Wer hat denn gewonnen jetzt hier? Keine Ahnung. Sieger, der Taucher. Nein! Ja, ja, ja. Ja, das war eine neue Runde. Einfach so für zwischendurch. Wenn euch diese Indie-Games gefallen, Däumchen hoch. Und wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Let's Play. Das war einfach mal für zwischendurch für euch. Ja. Und mal gucken, was sonst noch so auf Steam rumlungert. Wenn ihr den habt, in die Kommentare. Danke, Lello. Check mal seinen Kanal aus. Und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Oder mal vielleicht bei einer anderen Folge. Ciao. Tschüss, Emitar-Strategen.